Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinen Kanal. Ich bin heute mal von der Bandroll. Und ich mach heute wieder die Handcam. Los. Okay. Ja, ich mach heute wieder die Jude Handcam. Ähm. Und hab auch zum Neuen mich jetzt mal um meine Tonqualität gekümmert. Hab hier jetzt eben, ähm, mein Handy aufgestellt zum Tonaufnehmen. Ich muss halt jetzt noch ziemlich vorsichtig die ganzen Tasten drücken. Nämlich die Hörte noch ziemlich gut. Und mit gut war nicht wahnsinnig. Aber die müssen sie noch irgendwie dämpfen. Das schau ich mir. Vielleicht würde ich ja nicht irgendwie so ein bisschen Schaumstoff drüberlegen. Oder sowas. Oder sowas. Aber sonst. Gefällt mir die ganze Quality schon ganz gut. Das konnte leicht stören. Oh mein Gott, wie dumm. Das... Oh mein Gott. Der Moment bin ich... Oh mein Gott, gefressen. Also anderes Level gerissen. Jo. Hat er kassiert. Was los? Jo, hier sind die Gegner von mir. Oh. Hä, er spült irgendwie die... No Kopfhörer Challenge? Oh, wieso spült das so? Hm, wusste ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso hat der schon mit dem Schloss, hallo? Hm, auch nicht mehr. Oh mein Gott. Verfehlt, Bruder. Oh mein Gott. Jo Leute. Zweite Runde. Wir landen, wie es für jede, in Salt Springs. In Jürgen Kellerhaus. Ähm. Mal sehen, ob ich wieder zwei so Trimix-Quels raushauen kann. Ehrigen. Ehrigen raus. Ich glaube auch. Ähm. Grüße gehen raus. Oh. Oh, der wieso hat der Typ bei mir eine Taktik. Ich glaube, ich habe keinen Bock. Ja, mit der AK habe ich ihn sicher easy. Ich muss ihn stecken. Ich muss ihn stecken. Ich muss ihn stecken. Oh, der hat. Ja. Oh, da. Ein Peter. I. Untertitelung des ZDF, 2020